Hier haben wir das italienische Spezialitäten-Restaurant. Hier gibt es tagsüber dann noch Berger. Im Prinzip haben wir hier schön Essen. Man hat eine Bar hier hinten hier dabei. Waffe, Cola, Bier, was man macht. Pommes, was man hier essen macht. Und abends ist es als Spezialitäten-Restaurant ausgezeichnet. Das ist das, das ist das. Hier gibt es noch ein paar Jahre.